Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stumpfes Trumpf. Ich bin der Veit und heute besiegen wir den König der Vögel. Oder der Dämon, der die Vögel festhält. Muss man eher sagen. Da ist der Vogel. Ich meine, man hat sich zwei? Stimmt. Ja, jetzt kann ich ihn treffen. Oh, 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 mit der Darts. Oh, oh. Ja, ja, ja. Darts, die rückwärtsfliegen. Siehste, meine ich doch, das waren zwei. Oh. Wie jetzt? Einmal runterfallen, das war's? Ach ja, deswegen. Ach, und ich verliere auch noch Leben. Ist auch schön. immer kurz in die Truhe ich glaube das ist einfacher wenn ich mir jetzt eine Knolle so nehme als wenn ich jetzt im Spiel die Knolle nehme weil dann ist ja halt diese Foto-Animation zu sehen benutzen ja und ich fall runter und da hat möchte ich nicht nicht ein viertes mal also muss ich auf jeden Fall verhindern dass er seinen würde ich sto machen kann ich mich hier festhalten? hätte ja klappen können DDDDDDDDDDDD ich möchte ja auch gerne irgendwo runter fallen jetzt achso nach oben hin kann ich nicht runterfallen, gut zu wissen Was macht da seinen Wirbel? Eieieiei, das lacht nicht gut. Ja jetzt macht er seine Verstärkung. Was macht der denn noch? Ach ja, der werft die Kacke. Wahrscheinlich bin er auf meinen Kopf. Jo. Oh nein! Täten auch stinken. Ich licht da wieder Haufen. Oh, oh, aahhh. Ach, das war's schon. Dat ging ja fix. Infernalus. Oh, könnte ein Ei sein. Oder auch nicht. Einweißkopf Seeadler. Ja. 139,19,19,19,20,12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Äh. Ungefähr 64 Vögel. Das sind alle Vögel der Welt. Na, das wir ja wohl hoffen. ach ja das hat man ja auch scheiße verschwenden jetzt muss ich ja auch noch den vögeln quasi das fliegen beibringen und ein paar wenn ich ein lüftchen los schicken was hast du so spatz klack 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 ein paar steile schmeißen nur etwas gedacht ein königsvogel können sich treffen ja bitte bitte da komm ich nicht hoch da steht einer im weg was bist du für ein vogel das wär mal hoffen was bist du für einer das kann ich schon böse menschen den spruch habe ich schon gehört kleiner und hier ist ganz cooler vogel mit der sonnenbrille glaube ich und der käppi jawohl wie viele habe ich verbraucht fünf stück vier ich habe noch ein zwei gefunden sei denn noch so zu bieten was gibt es sonst eine vogelrüstung covid sieht ein bisschen stachlig aus aber ja mehr bräunig nehmt das brieftaube eine möwe ist das die rüstung auswählen sonst vergesse ich das eh wieder federrüstung und nach oben so ne säule wollte ich aber nicht vertrauen bin dünn ne oh da sitzt das fette Vieh der kann auch mit Winden nicht mehr fliegen dumm auf nach Orkania na möwen kann ich mich schon komm wo bin ich flieg dich hin das geht ganz schnell auf nach Orkania ja keine Vögel können fliegen weil da kein Wind da ist aber die Möwen können fliegen ja man sieht schon er müht sich ordentlich ab das müsste aber da noch ein ganz schön großer Möwe sein kein Albertz ein Albert Trost oder sowas Sie haben ihr Ziel erreicht. So, Wind. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da unten. Ah, da ist er. Da ist er. Los, komm. Wach auf, du Penner. Steh schon auf. Wahrscheinlich treffe ich auch nicht, wo du ein Stöpsel oder so was. Oh, muck das. Gut, so. Haben wir das auch geklärt? So, da sind wir wieder unterwegs mit der Albatross Line. Kann ich ja die Chancen nutzen und auch einen Schluck trinken. Sind wir schon da? So, wer war das? Der war das. Penner. War viel zu schnell. Oh Gott, er schreckt sich. Stimmt. Den Zauber habe ich noch gar nicht benutzt. Wie war denn das überhaupt? Wenn du reisen möchtest, rede mit der Möbel. Knack, Bein gebrochen. Spiel vorbei. Weil keiner der Vögel Medizinmodus studiert hat. Ambecilia. Da habe ich noch nie von gehört. Hö? Vielleicht was Neues? Auf geht's. Ganz schön fix, die Möbel. Was ist das denn für ein Kontinent? Nein, Kontinent aber eine Insel. Weiß ich habe nie. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal war. Oh, bis später. Oder? War ich ja schon. Ist hier überhaupt was? Hm. Ne, da kommen wir wieder zum Möbel hin. Hier ist ja gar nichts. Außer habe ich zumindest mal auch schon mal was von der Welt gesehen. Auf nach Sanktum. Na 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 Haben wir noch ein paar Fakten? Ich schau gerade mal. Ja, das ist doch mal ein sehr hilfreicher Fakt. Wenn Ark viele Gegner bezwungen hat, steigt sein Level, was ihn stärker macht und seine Gegner leichter bezwingen lässt. Hört, hört. So, der flog mich zu der Insel, wo nichts war. Wo fliegst du mich hin? Safari. Nochmal eben gucken, wo der andere mich hinbringt. Ob der mich wieder... Achso, der bringt wieder noch Arkania. Ja, das soll ich ja nicht. Denn ist unser nächstes Ziel, die Befreiung der Tiere. Auf nach Safarion. Geht der los, halte ich fest. Mach ich. Auf welchem Kontinent waren wir denn jetzt überhaupt? Weiß ich gar nicht. Es wäre nett, wenn die mal ein bisschen höher fliegen könnte, so dass man weiß, auf welchem Kontinent man ist. Oh, da war ein Wasserloch. Sahara. Ach, da sind wir denn. Lonzo, das Nashorn. Kamensky, die Kröte und Leon. Ach, Leon! Leon kenne ich auch noch. Ah, was sagt ihr denn, Händler? Magion? Was ist der denn? Ah, naja. Kannst du mal was verkaufen? Was ist das denn? Was kennt das denn noch? Achso, Fluch. Zurück. Okay, Knollen haben wir genug. Gehen wir mal rein. Hier war ja... Was war hier mal? Hier war nix. Achso, das ist die Löwenhöhle hier. Das ist leicht an... Äh, hä, da rinke. Da komme ich nah drauf gerade. An, 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 an. Na, wie heißt das? König der Löwen. Erinnert mich da so mit dem oberen Teil, wo man denn dran stehen kann und... Roar, machen, was weiß ich. Gut. Gehen wir mal weiter. Hier oben war hier Ort. Ich meine, hier war irgendwas in der Wüste. Vielleicht kommt das ja noch. Savanna, hier war... Oh, das klingt nach... Ach, Sui, ja. Ah, mein Käfer. Ah, 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 ah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Der nicht. Ist da noch einer drin? Ne. Aber hier ist bestimmt noch einer drin. Ha. Bloß weg hier. Echsen, Menschen mit Schwertern. Warum nicht? Ne. Ne, geht auch runter. So. Sneaky way. Ach, die Schildkröten gibt es ja auch noch. Komisch, können Eidechsen nicht so tintieren? Ach ja. Schillische Kröten. Oh, eine Seele. Okay. Gehen wir erstmal hier links. Ach nun, ach ja, ach ja, ach ja. Langsam kommen die Erinnerungen wieder. Mal sehen, vielleicht machte der Special-Angriff mehr Schaden. Nö, mal ein. Bis zwei. Oh. Hier kann ich noch nicht hin. Hier kann ich erst hin, wenn ich das Wasser geholt habe. Oh, den hole ich mir noch mit. Oh. Na. Donnerkröten. Schildkröten. Und nicht. Okay. Okay. Also ich kann es nicht tun. Hier kann ich auch noch nichts machen. Oh, hier kann ich auch runterklettern. Ja, kann ich auch runterklettern. Ja, kann ich. Gut. Dann kann ich mal die Tonnergrüder an. Oh. Gesundheit. Oh, noch eine Seele. Hier kann ich mich hoch. Herzen wir gerne. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Achso, ich muss noch zwei Seelen. Rette unser Volk. Mach ich. So, dann ließ der See. So, heißt, wir müssen noch mal ein paar Gegner töten. Unten, irgendwo habe ich ja gerade noch eine Schildkröte ausgelassen. So, da habe ich noch eine Schildkröte ausgelassen. War das hier runter? Nee. Oh. Okay, noch mal hier oben links. Bin ich so sicher. Ich meine, hier habe ich die Schildkröte ausgelassen. Kann ja sein, dass die noch eine Seele enthält. Ah, da haben wir noch eine. Ah, da haben wir noch eine. Könnte ich die Tiere nicht vor den Pflanzen befreien? Dann müsste ich hier nicht durch das Busch wegkrakeseln. Ja, das bringt mir natürlich auch mal leid. Da ist weiter. Da kann ich runter und hier vorne kann ich runter. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich gucke jetzt noch mal zur Sicherheit hier oben links. Aber ich meine, oder kommt mir hier irgendwo rein? Nee. Gehen wir den Weg runter. Keine Seele? Hä? Wo komme ich denn? Okay, gehen wir den Weg runter. Ich dachte, ich bin von dem gekommen. Ach. Das war doof. Ah, da ist die letzte Seele. Vor allem, wenn wir noch mal was. Ja, ich weiß ja, wo der ist. Kein Problem. War ja hier irgendwo. So, so, so. Au. Pompengeld. Und hier ist der Regenaltar. Und hier ist der Regenaltar. Und hier ist der Regenaltar. Das geht bei uns zu Hause auch so schnell. Mit dem Rasen. So. Ich soll die Tiere befreien. Die Tiere. Ach, da war ja noch was. Logisch. Jetzt kann ich mir zumindest, äh, kann ich mir die Truhe holen, die irgendwo hier war. Oh, die denn. Da. Ab, wer trank? Gleich noch saufen. Ist hier noch irgendwas? Hier sind noch ein paar Käfer unter. Ah, was passiert jetzt? Regen. Äh, war da sonst irgendwas, wo ich... Ne, da kann ich nicht mehr hoch. Oh, jetzt müssen wir wieder hier hin. Oh. Und, äh, ähm, geh mal hier hin. Ich hab noch nie ein, äh, was heißt das Ding auf Deutsch? Blizzard will ich immer ganz so sagen. Äh, Eidechse. Können wir noch nie so einen Angriff machen sehen. Ach ja, die Schildkröten können ihren, äh, Chili-Forts-Angriff können die nicht machen, wenn es regnet. Ach so, da komm ich jetzt wieder... Ach so, da komm ich jetzt wieder... Da komm ich jetzt rüber. Guck ich nochmal kurz hier, was... Ob ich hier noch weiter kann, dadurch, dass jetzt das Wasser da ist. Ach so, ja, jetzt kann ich ja hier oben hin. Weil der verdörrte Baum welch ist. Damit wir die beiden Truhen schnappen. Oh. Daunenlanze. Und ne Wunderknobel. Gleich mal anlegen. Na, mein Schaden mehr? Ja, warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Jetzt campen wir auch mit einer Waffe, die ein gesundes Grün hat. Gut, gehen wir jetzt mal rechts weiter. Hat sich ja doch gelohnt, nochmal nachzugucken, was da ist. Oh, hier ist schon wieder alles grau. Ach, scheiße, hätte die andere Lanze... Ja, mit der anderen Lanze kann ich ja natürlich... Och, verpässt dich. Mit der kann ich ja nicht die Steine kaputt machen. Dafür brauche ich die andere Lanze. Heißt, wir gehen erstmal nach oben. Was sich auch wieder gelohnt hat. Ich muss wieder die andere Lanze auswählen. So. Hier muss ich glaube ich wieder... Oh, ganz ruhig. Tut ja nichts. Jawohl. Ja, ich muss ja wieder vier... Vier Seelen einsammeln, um... ...nochmal... ...nochmal Gras zu sehen. Meine, das sind ja viele Schildkröden. Wo, 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 wo. Ach so, ja. Weiß ich. Äh. Komme ich da irgendwo durchs Busch weg? Da. Ist so nicht nett. Greif jetzt mal die an. Gott sei Dank. Das war eine Seele. Oh, wir müssen da dran. Okay. Ach, vielleicht ist es ja so eine. Nö. Ah, will nicht. Gut, das heißt, ich muss hier runter. Ah, links, frei, rechts. Ich gehe links. Ah. Okay, gehen wir rechts. Ach so, ja. Ja, hier kommt nichts mitgegen. Ah.